Seit Beginn der Jahrtausendwende bis heute ist die Zahl der ausgestrahlten Reality-Formate in den sechs privaten deutschen Vollprogrammen förmlich explodiert. Das seht ihr hier sehr schön an der Grafik, auf der die aufaddierte Ausstrahlungszeit der Reality-Formate im Laufe der letzten Jahre aufgetragen ist. Ein Großteil davon entfällt auf Scripted Reality-Formate. Wie es dazu kam und ob diese Entwicklung für junge Zuschauer bedenklich ist, das erfahrt ihr jetzt. Die Gründe für den Boom sind schnell erklärt. Scripted Reality ist in der Produktion im Vergleich zu anderen Formaten sehr günstig und bringt aber trotzdem ziemlich gute Einschaltquoten. Es ist also kein Wunder, dass man im Mittagsprogramm nicht mehr an Polizisten oder sonstigen Einsatzkräften im Einsatz bzw. irgendwelchen Großstadt-WGs vorbeikommt. In der gesellschaftlichen Diskussion sind die Formate allerdings nicht unumstritten. Vielleicht habt ihr in dem Zusammenhang schon mal die Begriffe Hartz-IV-Formate oder Trash-TV gehört. Die Befürchtungen, die man gegenüber den Scripted Reality-Formaten hegt, sind folgende. Es könnte ja sein, dass die ausgestrahlten Inhalte Einfluss auf die subjektive Realitätskonstruktion der Zuschauer haben, dass also die dort vermittelten Einstellungen gegenüber Frauen, Ausländern, Besserverdienern oder irgendwelchen anderen Gruppen übernommen werden. Ob die Angst berechtigt ist, das schauen wir uns gleich noch an. Bevor wir aber versuchen, Antworten auf die Wirkungsfrage zu finden, müssen wir erstmal klären, wovon wir bei Scripted Reality überhaupt sprechen. Auf Streife, Berlin-Tag und Nacht, die Schulermittler oder auch Familien im Brennpunkt sind einige Beispielformate. Scripted Reality bewegt sich unter dem Dach des Reality-TV. Reality-TV zeichnet sich im Kern dadurch aus, dass dort Einzelpersonen oder auch Berufsgruppen in alltagsnahen Situationen gezeigt werden. Die Palette reicht dann vom Leben der Geissens über irgendwelche Menschen, die sich in einen Container einsperren lassen, bis zu Restauranttestern oder Superninnis, denen man bei der Arbeit zuschauen kann. Stilistisch hat man hier immer eine Mischung aus Realität auf der einen Seite, weil ja das Alltägliche der Person gezeigt wird und nicht alles, was passiert, im Vorfeld so geplant werden kann, wie das jetzt einem Filmset möglich wäre, und aus Fiktion auf der anderen Seite, weil nämlich die angebliche Realität teilweise nur nachgestellt wird oder die Realität ohne die Anwesenheit von Kameras so überhaupt nie stattgefunden hätte. Also unter diese Gattung wird das genere Scripted Reality gefasst. Übersetzt heißt das jetzt so viel wie Realität nach Drehbuch. Drehbuch sagt ja schon, dass das Gezeigte nicht wirklich passiert. Alltagsnahe Ereignisse werden hier also nur nachgestellt und das ist jetzt das Besondere an Scripted Reality, mit dokumentarischen Stilmitteln inszeniert. Ausgehend von der Definition haben wir also zwei zentrale Kennzeichen. Einmal die Alltagsnähe behandelten Themen. Alles, was in den Formaten passiert, spielt sich nah an der Lebenswelt der Zuschauer ab. Dadurch kommt beim Zuschauer das Gefühl auf, das Gezeigte passiert wirklich oder zumindest, dass es wirklich so passieren könnte. Natürlich sind die Handlungsverläufe in den Folgen dramatisch zugespitzt, was man im wirklichen Alltag so eher nicht erlebt. Dennoch werden mit den verschiedenen Themen, zum Beispiel familiäre Konflikte, Liebe und Partnerschaft, Straftaten und Unfälle oder auch Ausbildungen und finanzielle Schwierigkeiten im Kern die Erfahrungen der Zuschauer bedient. Ja, das ist mit Alltagsnähe gemeint. Weiterhin waren ja noch die dokumentarischen Stilmittel wichtig. Ihr kennt ja bestimmt verschiedene Dokumentationen, zum Beispiel Tierdokus. Da versuchen die Filmemacher zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, um den Zuschauern zu zeigen, wie sich das Tier in freier Wildbahn, also in Wirklichkeit, verhält. Diese Art von Film hat verschiedene Kennzeichen. Es ist ja klar, die Filmemacher sind in der freien Wildbahn unterwegs und haben da nicht unbedingt mehrere Kameras dabei. Daher gibt es bei Dokumentationen zum Beispiel wenig Schnitte. Gleichzeitig können die Kameras auch nicht so professionell aufgebaut werden, wie an einem Filmset. Dadurch sind dann verwackelte Schwenks oder auch verzögerte Zooms möglich. Auch bei Licht und Ton sind die Kameraleute auf die natürliche Umgebung angewiesen. Diese, aber auch noch weitere Stilmittel machen die Scripted Reality Formate für sich nutzbar. Auch hier haben wir wenige Schnitte, Handkameras, natürliches Umgebungslicht, Einblendungen mit exakten Zeit- und Ortsangaben, Verpixelung von sensiblen Informationen und so weiter und so weiter. Dadurch und durch die Alltagsnähe wird, wie bei der Dokumentation auch beim Zuschauer von Scripted Reality der Eindruck erweckt, das Gezeigte passiert wirklich. Und das mit gravierenden Folgen. Knapp 50% der 10- bis 20-Jährigen durchschauen den Fiktionscharakter nicht. 50% der 10- bis 20-Jährigen können also nicht mit Sicherheit sagen, dass die Geschichten nur erfunden und nachgespielt werden. Und damit sind wir bei der Zuschauergruppe angekommen, die uns in diesem Zusammenhang besonders interessiert. Kinder und Jugendliche haben noch kein gesichertes Weltbild und in der Regel auch noch kein gefestigtes Werte- und Normensystem. Also nicht, dass alle Erwachsenen das hätten, aber Jugendliche hatten halt noch nicht so viel Zeit wie Erwachsene. Deswegen denke ich mal, dass man das in der Tendenz auf jeden Fall so sagen kann. Die Kinder und Jugendlichen bauen sich ihr Weltbild und ihr Werte- und Normensystem also noch zusammen und dann kommt da ein Format im Fernsehen, das kaum mehr was mit der Wirklichkeit zu tun hat, das ein nicht unerheblicher Teil der Zuschauer aber für absolut real hält. Vor dem Hintergrund scheint die Angst der Gesellschaft vor den Formaten, von der ich ja am Anfang gesprochen habe, also durchaus berechtigt. Jetzt schon über Chancen und Risiken zu sprechen, ist an der Stelle aber noch ein Schritt zu früh. Zunächst stellt sich nämlich erstmal die Frage, warum Kinder und Jugendliche diese Formate überhaupt schauen, was also den Reiz dieser Formate ausmacht. Fragt man die junge Zielgruppe selbst, dann ist in deren Motive hauptsächlich Langeweile vertreiben und sich unterhalten lassen. Das könnte man natürlich rein theoretisch auch anders schaffen, aber trotzdem wird oft lieber auf Scripted Reality zurückgegriffen. Ich meine, klar, die Formate sind tagsüber ständig verfügbar und der Weg von der Couch zur Fernbedienung, der ist wesentlich kürzer als der zum Fußballplatz. Trotzdem steckt da noch wesentlich mehr dahinter. Lohnenswert ist hier zum Beispiel ein Blick auf die Entwicklungsaufgaben im Jugendalter zu werfen. Da findet man zum Beispiel so Sachen wie das Eingehen von Partnerschaften, die Ablösung von den Eltern oder auch den Aufbau eines eigenen Werte- und Normsystems. Und siehe da, mit den Inhalten der Scripted Reality-Formate werden genau diese Themen bedient und zwar ganz alltagsnah. Wir haben also eine wunderbare Passung und zwar zwischen Inhalt des Formats und Aufgaben der jungen Zuschauer. Damit lässt sich die Faszination für Scripted Reality ziemlich gut begründen. Schauen wir uns die Inhalte mal genauer an, dann wird die Attraktivität der Formate für junge Menschen vielleicht auch nochmal deutlicher. Nehmen wir zum Beispiel die Konflikte, um die sich der gesamte Handlungsstrang solcher Formate in der Regel dreht. Am Ende der Folge wird der Konflikt eigentlich fast immer aufgelöst. Das heißt, es wird ein Schuldiger gefunden und der bekommt seine gerechte Strafe. Oder was auch sein kann, dass der Streit einfach geschlichtet wird und alle Parteien am Ende dann wieder glücklich sind. Konflikte kennt jeder von uns natürlich auch aus dem echten Leben. Dummerweise sind die in der Regel wesentlich komplizierter. Teilweise kann man überhaupt nicht verstehen, wo genau das Problem liegt. Und wenn man das nicht weiß, dann ist es natürlich auch schwierig, den Konflikt zu lösen. Descripted Reality ist das Ganze viel einfacher gestrickt und es ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn man alles so gut nachvollziehen und verstehen kann. Angenehme Gefühle bekommt man auch durch den Vergleich der eigenen Situation mit der Situation, in der die Darsteller gerade sind. Genau wie wir führen die nämlich kein Luxusleben und sind auch alles andere als perfekt. Die Probleme, die die haben, sind größtenteils sogar wesentlich gravierender als die eigenen. Außerdem stellen die sich manchmal ziemlich blöd an. Ich meine, man selbst hätte das alles wahrscheinlich viel besser hinbekommen. Und was soll ich sagen, da bekommt man doch direkt Lust auf eine Folge Familie im Brennpunkt, oder? Jetzt, wo wir wenigstens eine erste Idee davon haben, warum sich junge Menschen das anschauen, werfen wir einen Blick auf die Wirkungen des Formats. Wir haben junge Zuschauer, die noch dabei sind, ihr Bild von der Welt zu malen und die schauen jetzt ein Format, das Authentizität vorgibt. Da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass die Inhalte der Formate einen massiven Einfluss auf dieses Bild haben. Zum einen könnte es ja zu Verzerrungen mit Blick auf Häufigkeitsverteilungen kommen, zum anderen könnten vermittelte Einstellungen, Überzeugungen, Erwartungen und so weiter in das eigene Bild der sozialen Realität aufgenommen werden. Ziemlich gut belegt ist die Sache mit den Häufigkeiten. Man weiß zum Beispiel, dass Menschen, die viele Krankenhausserien schauen, die tatsächliche Anzahl von dem Krankenwesen tätigen Menschen überschätzen, während es auf der anderen Seite denen, die eben weniger dieser Serien schauen, auch weniger passiert. Vielseher überschätzen also das Vorkommen bestimmter Berufe, aber auch Berufsgruppen wie Reiche, Prostituierte oder Geschäftsführer, die ja auch häufig im Fernsehen dargestellt werden. Auch die Anzahl negativer Ereignisse in der Welt wird überschätzt. Das lässt sich auch auf Scripted Reality übertragen. Auch da werden beispielsweise ständig irgendwelche unmoralisch handelnden Soziopathen dargestellt und tatsächlich stimmen sehr viele junge Menschen, die Scripted Reality-Formate schauen, der Aussage zu, dass eine Vielzahl von Menschen in der Welt unmoralisch handelt, um an der Stelle jetzt mal ein Beispiel speziell für Scripted Reality zu nennen. Die hier aufgeführten Belege zeigen auf jeden Fall, dass man als Zuschauer von der Medienrealität nicht unbeeindruckt bleibt. Jetzt kann man aber natürlich bezweifeln, dass es negative Auswirkungen auf unser Leben hat, wenn wir irgendwelche Häufigkeiten falsch einschätzen. Relevant wird die Sache erst dann, wenn auch vermittelte Einstellungen, Überzeugungen und Erwartungen aus den Formaten übernommen werden. Eine Erwartung mit Blick auf die hohe Zahl der unmoralisch handelnden Menschen könnte zum Beispiel sein, dass ich davon ausgehe, dass mir was passiert, wenn ich allein auf die Straße gehe. Auch die Sache mit der Schuldfrage, die in fast jeder Folge abschließend geklärt werden kann, wirkt ein Gefahrenpotenzial. Wenn man erwartet, immer einen Schuldigen in einem Konflikt ausmachen zu können, dann neigt man nämlich gerne mal dazu, die Person abzustempeln, anstatt deren Perspektive nachzuvollziehen. Und gerade das Verstehen des Standpunktes des Anderen ist beim Konfliktmanagement das A und O. Noch ein drittes Beispiel. In Scripted Reality wird viel mit Stereotypen und Klischees gearbeitet. Herz-IV-Empfänger werden als faul dargestellt, Familien aus der Unterschicht sind asozial und dumm, Frauen sind schwach und naiv, Männer sind gefühlskalt und egoistisch. Ich meine, das ist in den Formaten nicht immer so, aber aus stilistischen Gründen werden solche Stereotype sehr gerne überzeichnet. Und mit eben diesen Werten wird der Zuschauer unterschwellig immer wieder konfrontiert. Ich habe jetzt nur negative Botschaften aufgegriffen, der Fairness halber sollte man aber dazu sagen, dass es auch durchaus positive gibt. Zum Beispiel wird die Bedeutung eines Schulabschlusses für den späteren beruflichen Erfolg bei den Schulermittlern betont. Die Bedeutung des familiären Zusammenhalts bei Familien im Brennpunkt oder auch die Konsequenzen beim Begehen von Straftaten bei Aufstreife- oder Blaulicht-Report. Dass die Häufigkeitsvorstellungen von Scripted Reality beeinflusst werden, haben wir ja schon gesehen. Da liegt jetzt natürlich der Verdacht nahe, dass das Gleiche auch für die Einstellungen gilt. Tatsächlich sind die Ergebnisse aus verschiedenen Studien hier aber weniger eindeutig. Teilweise werden die vermuteten Zusammenhänge gefunden. Oft gibt es aber gar keinen statistischen Zusammenhang und in einigen Fällen kommt man sogar zu gegenteiligen Ergebnissen. Da werden also in Scripted Reality-Formaten dargestellte Einstellungen von den Zuschauern sogar abgelehnt. Wenn wir davon ausgehen, dass die Wissenschaftler bei ihren Untersuchungen richtig gemessen haben, dann muss man sich die Frage stellen, wieso entfalten denn die Botschaften bei Scripted Reality bei den Zuschauern so unterschiedliche Wirkungen? Ich hoffe auf jeden Fall mal, dass keiner von euch davon ausgeht, dass die Botschaften aus den Medien bei jedem Menschen gleich wirken. Die Frage ist vielmehr, welche Botschaften überhaupt beim Zuschauer ankommen und wie der diese Botschaften dann verarbeitet. Schließlich ist der Zuschauer ja aktiv bei der Mediennutzung und bekommt nicht einfach nur die Inhalte eingetrichtert. Welche Wirkungen von den Botschaften ausgehen, ist dann, wenn wir von einem aktiven Zuschauer sprechen, von ziemlich vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel dessen Entwicklungsstand, der formalen Bildung, des Wissens über die Welt, den bisherigen Erfahrungen im sozialen Umfeld, der Frage, ob die Zuschauer die Sendung überhaupt aktiv mitverfolgen oder ob das nur nebenbei läuft und so weiter. Wenn die in Scripted Reality-Formaten dargestellten Meinungen und Sichtweisen mit meinen eigenen übereinstimmen, dann wirken die Formate bestätigend. Wenn das nicht so ist, dann werde ich nicht gleich meine persönlichen Ansichten über den Haufen werfen. Und auch Kinder und Jugendliche tun das nicht einfach so. Von dem Standpunkt aus betrachtet kann man also auf jeden Fall Entwarnung geben. Allerdings haben wir noch das Problem, dass viele Zuschauer den Inszenierungscharakter der Formate überhaupt nicht erkennen und wer das Gesehene für real hält, der neigt natürlich eher dazu, sich daran zu orientieren. Insofern ist es auf jeden Fall sinnvoll, Kinder und Jugendliche über den Inszenierungscharakter aufzuklären. Wenn man über den Fake Bescheid weiß, dann kann man sich kritisch mit dem Gesehenen und eben auch den unterschwellig vermittelten Botschaften auseinandersetzen. Ich will an der Stelle mal ein Fazit ziehen. Wir haben gesehen, dass die vermittelten Botschaften zwar eine Wirkung auf die subjektive Realitätskonstruktion der Zuschauer haben, dass diese Wirkung jedoch eher gering ist. Das von Scripted Reality ausgehende Gefahrenpotenzial ist daher ziemlich überschaubar. Wer Kinder dennoch vor den Gefahren schützen will, der sollte die Formate nicht stur verbieten, sondern auf jeden Fall Aufklärungsarbeit betreiben. Wenn den Kindern zum Beispiel beigebracht wird, wie diese Formate produziert werden und wie sie diese im Fernsehen als gescriptet erkennen können, dann wird auch der Inszenierungscharakter erkannt und das ermöglicht natürlich eine kritische Grundhaltung beim Schauen der Formate. Mit dieser Grundhaltung können dann die vorhin aufgezählten Botschaften unter die Lupe genommen werden und mit der eigenen Realität, also den eigenen Ansichten, abgeglichen werden. Okay, das war es von meiner Seite, diesmal auch mit einem ganz anderen Thema. Cool, dass ihr bis zum Ende drangeblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es, wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal gerne. Ich wünsche euch noch viel Spaß und bis bald.